Durch die Trends der Digitalisierung und Dezentralisierung lösen sich bestehende Hierarchien in industriellen Netzwerken auf. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der industriellen Anschlusstechnik haben wir überführt in nachhaltige Methoden und Prozesse im Bereich der Forschung und Entwicklung. Dabei konzentrieren wir uns auf die drei Arbeitsthemen Smart Data, Smart Connectors und Smart Infrastructure. Im Bereich der Smart Infrastructure beschäftigen wir uns zum Beispiel mit der Modularisierung und Dezentralisierung von Produktionsanlagen. Hier lösen sich gegebene Hierarchien auf und die Module, die Produktionsmodule, können an unterschiedlichen Stellen einer Produktionsanlage eingesetzt werden. Die Datenverteilung und Energieverteilung hierbei muss jedoch weiterhin sichergestellt werden, was wir über sogenannte Infrastrukturboxen umsetzen. Auch bei der sich verändernden Infrastruktur bleiben Steckverbinder wichtige Knotenpunkte in industriellen Anlagen. Durch zusätzliche Funktionen wird es ermöglicht, an diesen Stellen Zustände zu erfassen und zum Beispiel digital in eine Cloud zu kommunizieren. Bei der Entwicklung unserer Produkte nutzen wir modernste CRX-Methoden, Prototyping-Verfahren und Prüfmethoden. Für den Betrieb und das Engineering von Anlagen wird in Zukunft der digitale Zwilling unablässig sein. Dazu reichern wir unsere Produktdaten mit den notwendigen Informationen an und stellen diese auf relevanten Plattformen bereit. Damit leisten wir unseren Beitrag im Bereich der Infrastrukturen, der Konnektoren und der Daten, um unseren Kunden das Thema der Digitalisierung handhabbar zu machen.